Grüß Gott und herzlich willkommen zur fünften Online-Lerneinheit zur Didaktik der Geometrie. Heute beschäftigen wir uns zunächst noch einmal mit geometrischen Modellen, d.h. mit der etwas verzwickten Unterscheidung zwischen Darstellen, Modellbilden und Konstruieren. Im zweiten Teil geht es dann um die Ähnlichkeitsgeometrie. Dort werden wir uns ansehen, was es mit Ähnlichkeit und mit den Strahlensätzen auf sich hat und wir beschäftigen uns auch mit dem Satz von Pythagoras und mit der Kreismessung. Im dritten Teil geht es dann um die Körper, also um räumliche Geometrie oder, wenn Sie sich vornehm ausdrücken wollen, um Stereometrie. Es wird dort unter anderem um räumliche Vorstellungen gehen, es wird um Körperbegriffe, also die Bezeichnung für geometrische Körper gehen und es wird schließlich um Volumensberechnungen gehen. Ich erinnere zu Beginn noch einmal an die Leerstoffangabe bzw. an den Teil davon, der heute Thema ist. Zuvor, wie angekündigt, aber noch der Versuch, das, was ich in der zweiten Lektion zu geometrischen Modellen gesagt habe, mit dem Lehrplan und den Standards in Einklang zu bringen. Für das Erstellen geometrischer Modelle dreidimensionale Objekte verwendet die Leerstoffangabe insgesamt vier verschiedene Formulierungen. Skizzen soll man anfertigen, Zeichengeräte zum Konstruieren von Schrägrissen gebrauchen, Maßstabzeichnungen anfertigen und Gegenstände, die wie Prismen oder Pyramiden ausschauen, soll man zeichnerisch darstellen. Jetzt kann man sagen, da haben die Lehrplanerstellenden halt den Thesaurus angeworfen, damit da nicht immer dasselbe Verb steht. Oder man vermutet unterschiedliche Aktivitäten hinter den jeweils unterschiedlichen Formulierungen. Dem Erstellen geometrischer Modelle sind in den Standards M8 jedenfalls verschiedene Handlungen zugeordnet. Modellbilden wird im Wesentlichen so verstanden, dass zu realen Gegenständen erst geometrische Modelle, also vereinfachte geometrische Modelle gesucht werden und gegebenenfalls dann auch zeichnerisch zu Papier gebracht. Darstellen meint dieses Zu-Papier-Bringen geometrischer Modelle. Der Schwerpunkt liegt dabei, mit Parsüß gesagt, auf der Zeichnung, nicht auf der Figur. Also der Schwerpunkt liegt auf der Zeichnung. Die geometrischen Figuren werden dabei allerdings als Gestaltungselemente benutzt. Wobei eben immer nur Annäherungen an die ideal gedachten Figuren zustande kommen. Konstruieren ist dann eigentlich ein Spezialfall von Darstellen. Wir wählen spezielle, uns gut bekannte Werkzeuge aus und verwenden diese auch nur nach ausgewählten Regeln. Die Konstruktion ist dann immer mehr als nur die Zeichnung. Es ist der ganze Prozess im Blick und muss gegebenenfalls auch dazu notiert werden, weil wir aus den in der Konstruktion genutzten Zusammenhängen von Teilelementen der Figuren, die wir da dargestellt haben, dann auch auf neue Zusammenhänge schließen wollen, also Sätze finden und begründen. Wir können geometrische Modelle aber auch nur zeichnen, skizzieren, sogar ganz ohne Werkzeuge. Das sind dann aber eher keine Konstruktionen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses Bild aus der zweiten Lektion. Beim Modellbilden geht es vor allem darum, sich ein geometrisch strukturiertes Bild von der Welt um uns zu machen. Beim Darstellen nutzen wir gedachte ideale Figuren, um strukturierte Zeichnungen zu erstellen. Beim Konstruieren sind die Figuren dann Selbststudienobjekt. Wir erstellen zwar auch Zeichnungen, aber an diesen wollen wir, anders als beim Modellbilden, nicht etwas über die Welt um uns erfahren, sondern über die Figuren als ideale Objekte in unseren Köpfen. Ein Thema, das eng mit dem Darstellen verbunden ist, aber auch Bezüge zum Argumentieren und Begründen hat, ist das Thema Ähnlichkeit. Das erste Mal begegnen Lernende den Thema indirekt bei Maßstabszeichnungen. Maßstäbliches formtreues Verkleinern bzw. Vergrößern von Zeichnungen und Figuren wäre nämlich ohne Ähnlichkeit gar nicht möglich. Wirklich Thema ist die Ähnlichkeit dann in der dritten Klasse. Da Ähnlichkeit eine Verallgemeinerung von Konkurrenz darstellt, ist vielleicht nicht verwunderlich, dass es auch hier wieder zwei Zugänge gibt. Euklidisch bzw. figürlich orientiert nennt man Figuren ähnlich, wenn entsprechende Winkel gleich groß und entsprechende Seitenlängen jeweils im gleichen Verhältnis zueinander stehen, also zum Beispiel alle im Verhältnis 1 zu 2. Nicht gut zum aktuellen Curriculum passt die Bestimmung über Ähnlichkeitsabbildungen. Sie ist hier auch nicht ganz so eingängig wie bei der Konkurrenz als Deckungsgleichheit. Was nicht heißen soll, dass diese Abbildungen nicht vorkommen, sie finden sich beim Thema Figuren vergrößern und verkleinern durchaus in der dritten Klasse, wo dann auch ein Konstruktionsverfahren vorkommt, nämlich für zentrische Streckungen. Die Basis eines figürlichen Zugangs zur Ähnlichkeit stellen die Strahlensätze dar. Eine Begründung der Strahlensätze ist nicht ganz einfach, lohnt aber insofern, als sie Ähnlichkeit durch Konkurrenz erklärbar macht. In der heutigen Lektion will ich mal an verschiedenen Stellen GeoGebra für Dinge benutzen, die wirklich von einer dynamischen Visualisierung profitieren können. Dazu gehört die Begründung der Strahlensätze. Ich fange mit einem einfachen Fall an. Ich habe hier unten zwei Parallelen eingezeichnet und ich gehe mal davon aus, dass hier unten ein Verhältnis von 1 zu 2 besteht. Ich will jetzt zeigen, dass hier oben auch ein Verhältnis von 1 zu 2 besteht. Jetzt zeichne ich mir mal zwei Hilfslinien ein. Diese Hilfslinie soll eine Parallele sein zu dieser Gerade durch diesen Punkt. Und diese Linie soll eine Parallele sein zu dieser Gerade durch diesen Schnittpunkt. Jetzt sieht das schon so aus, als wären diese beiden Dreiecke, beziehungsweise sogar alle vier Dreiecke hier, zueinander kongruent. Und dann wäre ich schon fertig, weil dann hätte ich hier oben wieder 1 zu 2, weil ich habe ja zwei kongruente Dreiecke da. Und bei kongruenten Dreiecken wären ja diese beiden Strecken gleich lang, also das Verhältnis insgesamt 1 zu 2. Ich zeige Ihnen jetzt die Beweisfigur. Und da würde ich jetzt sagen, die sind kongruent, die Dreiecke, nach Winkel, Seite, Winkel. Weil diese Winkel hier sind Stufenwinkel an geschnittenen Parallelen. Also kongruent, weil die Geraden sollen ja gerade parallel sein beim Strahlensatz. Außerdem weiß ich, dass diese Strecke genauso lang ist wie diese Strecke, weil was hier unten entsteht, ist ein Parallelogramm. Und hier habe ich auch wieder Stufenwinkel an geschnittenen Parallelen. Die sind also auch kongruent. Also sind die gelben Dreiecke hier wirklich insgesamt kongruent nach Winkel, Seite, Winkel. Wenn also unten das Teilungsverhältnis 1 zu 2 war, muss es das hier oben auch sein, weil da eben zwei kongruente Dreiecke drin liegen und somit die Teilstrecken beide gleich lang sind. So, jetzt ändere ich das mal hier unten. Ich mache hier mal ein anderes Teilerverhältnis. Jetzt setze ich das Teilerverhältnis 1 zu 6. Da kann ich aber genau dasselbe Spiel machen. Ich habe nur einfach mehr Parallelen und mehr Dreiecke. So, jetzt will ich vielleicht auch nicht 1 zu 6 haben. Ich könnte hier zum Beispiel auch 3 zu 6 einstellen. Moment, das wäre ja wieder 1 zu 2. Also sagen wir mal 5 zu 6 oder, oder, oder. Ich kann das immer weitermachen. Im Prinzip ist das für alle Bruchzahlen möglich. Das wird dann halt irgendwann unübersichtlich, weil das wird sehr klein bei großem Nenner. Eine Sache bekomme ich so jetzt nicht in den Griff. Das wären die irrationalen bzw. inkommensurablen Teilungsverhältnisse. Das ist hier aber auch noch nicht so schlimm, weil die Lernenden die irrationalen Zahlen an dieser Stelle ohnehin noch nicht kennen. Außerdem könnte man ja selbst bei irrationalen Zahlen die wieder durch rationale Zahlen einschachteln und dann würde das Argument, so wie es bei 1 zu 2 und bei 5 zu 6 und bei den ganzen anderen Kombinationen jetzt gesehen haben, approximativ eben immer noch stimmen. Und zur Erinnerung, das war jetzt nicht die Universitätsvorlesung Elementargeometrie. Genau diese Begründung, die ich Ihnen eben gezeigt habe, gibt Frau Kracker in ihrem Schulbuch den Lernenden sogar zur gegenseitigen Erläuterung in eine Partnerarbeit hinein. Ebenso wie es Konkurrenz als definierte Eigenschaft und Konkurrenzsätze als zu beweisende Sätze gibt, gibt es auch Ähnlichkeitssätze, die man auf die Strahlensätze zurückführen kann. Nochmal zur Unterscheidung. Definitionsgemäß sind zwei Dreiecke ähnlich, wenn alle entsprechenden Seitenverhältnisse und alle Winkelgrößen gleich sind. Dass die Dreiecke sogar schon ähnlich sind, wenn nur die Winkel übereinstimmen, man also gar nicht mehr auf die Seiten schauen muss, ist hingegen ein Satz. Strahlensätze und Ähnlichkeit sind einerseits dann wieder wichtige heuristische Hilfsmittel zum Begründen, andererseits haben sie auch ganz praktische Anwendungen. Die oberen Anwendungen finden Sie auch heute noch in vielen Schulbüchern. Die ersten beiden Geräte nutzen den zweiten Strahlensatz, um die Skalen da anzubringen, wo sie vergrößert abgebildet werden können. Das Förster-Dreieck nutzt denselben Strahlensatz, um aus der Höhe des Baumes eine leichter zu Fuß zurücklegbare horizontale Entfernung zu machen. Die unteren beiden Abbildungen nutzen die enge Beziehung zwischen Strahlensätzen und Proportionalitäten. Nomogramme, also Rechenblätter, nutzt man heute eher selten. Es lohnt sich aber, sich das nach dem Video auf den Folien mal genauer anzuschauen. Hier werden Prozentaufgaben zeichnerisch gelöst. Dasselbe ginge dann übrigens auch mit allen anderen Aufgaben der sogenannten Schlussrechnung. Auch den Satz von Pythagoras kann man über die Strahlensätze begründen. Ich will hier aber die Gelegenheit nutzen, daran zu erinnern, beziehungsweise Ihnen eine Vorschau darauf zu geben, was wir in den Grundfragen behandelt haben, beziehungsweise dann haben werden, wenn Sie die Vorlesung dann besucht haben. Auch den Satz von Pythagoras könnte man über die Strahlensätze begründen. Ich will an dieser Stelle aber die Gelegenheit einmal nutzen, um daran zu erinnern, beziehungsweise Ihnen eine Vorschau darauf zu geben, was wir zum Thema Begründungen schon in den Grundfragen behandelt haben, beziehungsweise dann haben werden, wenn Sie die Vorlesung dann besucht haben. Mit Vollrat und Rot hatte ich Ihnen versucht nahezubringen, oder werde ich versuchen, Ihnen nahezubringen, dass zum Eerberen von Sachverhalten, also Sätzen, Regeln oder Gesetzen, mehr beziehungsweise anderes gehört, als den Lernenden den Satz samt majestätischem Beweis einfach so vor den Latz zu knallen. Sätze erarbeiten schließt auch Aktivitäten zur Entdeckung, also zur Satzfindung und zur Beweisfindung ein. Gerade beim Satz von Pythagoras ist das eine gewisse Herausforderung. Manche bezeichnen den Satz von Pythagoras als die erste wirklich verblüffende und erklärungswürdige Aussage in der Elementargeometrie. Warum sollten ausgerechnet die Längenverhältnisse in Dreiecken etwas mit den Quadratflächen über den Seitenlängen zu tun haben? Das ist ja nicht sofort evident. Wir schauen uns jetzt gleich einmal an, wie drei verschiedene Schulbücher versuchen, eine Entdeckung des Satzes von Pythagoras zu inszenieren, beziehungsweise zumindest eine Wiedererfindung des Satzes unter Führung der Lehrperson, um es mal angelehnt an den großen alten Hans Freudenthal zu formulieren. Expedition Mathematik führt uns dazu ins alte Ägypten. Da ein Dreieck mit Umfang 12 genau dann rechtwinklig ist, wenn wir als Seitenlängen 3, 4 und 5 wählen, haben wir damit ein Zahlentrippel gefunden, das a² plus b² gleich c² erfüllt und einen rechten Winkel hat. Aber wie kommen jetzt überhaupt die Quadrate ins Spiel? Hier setzt Expedition Mathematik nun auf Führung. Uns werden einfach mal Quadrate mit ganzzahligen Seitenlängen vorgelegt und wir sollen jetzt schauen und versuchen, wann die zusammengelegt ein rechtwinkliges Dreieck ergeben und wann der Winkel jetzt kein rechter ist. Und dann werden wir nochmals geführt. Uns wird die Beweisfigur, die Sie vermutlich alle kennen, nämlich der sogenannte altindische Ergänzungsbeweis vorgelegt. Den halte ich für die Altersgruppe in der dritten Schulstufe auch wirklich für einen der geeignetsten Beweise, wobei Sie hier bitte unbedingt klären, warum alles, was hier ausschaut wie ein Quadrat, auch wirklich ein Quadrat ist. Sie erinnern sich vielleicht noch an die zwei Dreiecke, die in echt Vierecke waren und wo dann eben nicht alles zusammengepasst hat. Um so etwas auszuschließen, muss man schon genau hinschauen, beziehungsweise man muss argumentieren, dass und warum eben auch alle Seiten und Winkel jeweils passen. Es könnte ja sein, dass das, was da rechts abgebildet ist, in Wirklichkeit gar kein Quadrat ist, sondern da ist ein Achteck, also immer da, wo das Rote auf das Blaue trifft, da ist das gar nicht genau 180 Grad. Das wäre nämlich gerade der Fall, wenn das jetzt keine rechtwinkligen Dreiecke wären. Man muss sich also noch vergewissern, dass die Außenwinkel immer da, wo die Dreiecke auf die Quadrate treffen in der Figur rechts, jeweils auch wirklich zu 180 Grad ergänzen. Erst wenn man das gemacht hat, ist das im Grunde genommen dann sowas wie ein Beweis. Wenn man das nicht tut, dann bleibt das ein schönes Puzzle, aber das wäre dann vielleicht in der dritten Schulstufe doch ein bisschen arg wenig unter dem Label begründen. Wirklich genetisch durchgängig entdeckend war unsere Expedition im Übrigen nicht. Mit jedem Schritt der Reise hat uns Frau Kracker einen anderen, ja, suggestiven Knochen hingeworfen. Schauen wir vielleicht mal, wie andere das machen. Etwas leichter entdecken lässt sich der Satz von Pythagoras bei gleichschenkligen rechtwinkligen Dreiecken, also für den Fall a² plus a² gleich c² oder eben 2 mal a² ist gleich c². Hier finden wir das Ganze eingekleidet als die Frage, wie lang man die Dachspannen machen muss, wenn der Giebel eines Hauses 8 Meter breit und der Giebelwinkel ein rechter Winkel sein soll. Die entsprechende Länge wird dann zunächst zeichnerisch mithilfe des Satzes von Thales ermittelt. Anschließend wird sie rechnerisch über einen Zerlegungsbeweis und die Quadratwurzel ermittelt. Dem deutschen Schulbuch kommt da entgegen, dass der Satz von Pythagoras erst in der 9. Schulstufe unterrichtet wird und die Quadratdiagonale bereits zur Motivierung der Wurzeln, insbesondere der Wurzel 2 und der irrationalen Zahlen behandelt wurde. In Österreich haben wir aber den Pythagoras-Satz schon in der 7. Klasse, die irrationalen Zahlen aber erst in der 8. Klasse. Wie klug das ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber wir brauchen einen neuen Anlauf. Schauen wir mal, was die im Freistaat Sachsen machen. Die haben ja auch immer tolle nationale Testergebnisse in Mathematik. Keine Sorge, ich sechsele jetzt nicht. Das Problem, was hier präsentiert wird, ist ein innermathematisches. Die Diagonalenlänge in Rechtecken soll rechnerisch bestimmt werden. Für Quadrate weiß man in Sachsen schon, wie das funktioniert. Wir haben also wieder die Idee, vier Quadrate zu zeichnen. Das Diagonalenquadrat ist genau halb so groß wie die vier Quadrate zusammen, weil wir vier von acht kongruenten Teildreiecken verwenden. Die Diagonale ist dann Wurzel 2 mal so lang wie die Seite. Hm, das ist aber auch wieder blöd, wenn man Wurzel 2 noch nicht kennt. Egal, schauen wir mal weiter. Wir versuchen dasselbe mit Rechtecken, legen also wieder vier aneinander. Klappt aber nicht, in der Mitte kommt eine Raute heraus, kein Quadrat. Über den Zusammenhang von Seitenlänge und Fläche der Raute wissen wir leider noch nichts. Das führt also erstmal nicht ans Ziel. Jetzt kommt also die clevere Idee, beziehungsweise der Deus ex machina. Wir drehen zwei der Rechtecke und lassen in der Mitte eine Lücke. Der Rest ist dann etwas algebra und herausplumpst der Satz von Pythagoras, wobei das gewohnte C hier halt D heißt. Ist insgesamt zwar etwas genetischer als die ständigen Kontextwechsel bei Frau Kracker, fordert aber leider auch ein halbwegs behendendes Umgehen mit Wurzeln und taugt daher für Österreich nur sehr bedingt. Wir nehmen einen letzten Anlauf und beginnen wieder mit dem Spezialfall gleicher Kathetenlänge. Weil wir noch keine Wurzeln haben, fragen wir erstmal auch gar nicht nach den Längen, sondern schauen direkt auf die Flächen. Aufgabe für die Kids ist jetzt also, Wie macht man aus den zwei Quadraten ein einziges, das denselben Flächeninhalt hat wie die beiden Quadrate zusammen? Das sollte man am besten erstmal mit Pappquadraten anfangen und mit der Schere. Erst danach geht es dann an den Computer. Wir beginnen hier zunächst wieder mit der Idee, die Quadrate jeweils wieder in zwei kongruente rechtwinklige Teildreiecke zu unterteilen. Jetzt drehen wir die Dreiecke noch jeweils von oben nach da unten hinein. Dann sehen wir, dass das große Quadrat tatsächlich denselben Flächeninhalt hat wie die zwei kleinen Quadrate oben zusammen, weil sich eben beide jeweils aus vier kongruenten Dreiecken zusammensetzen. Wir hätten also wieder 2 mal a² ist gleich c². Was passiert jetzt, wenn die zwei Quadrate am Anfang unterschiedlich groß sind? Wir wollen jetzt zum Beispiel aus der Summe der Flächeninhalte von diesem Quadrat hier und diesem Quadrat hier wieder ein neues Quadrat erstellen. Dann funktioniert unser altes Verfahren nicht mehr ganz. Hier unten entsteht nämlich leider ein Fünfeck und gerade kein Quadrat. Jetzt ist das hier schon relativ suggestiv, wenn ich hier oben anders abschneiden würde, also nicht genau die Diagonalen jeweils von den beiden Quadraten nehme, sondern so etwas schief in das andere Quadrat hineinschneiden würde, dass ich dann vielleicht das schaffen würde, dass da unten die beiden Ecken der Dreiecke doch wieder aufeinander zu liegen kommen. Und tatsächlich dann unten eben wieder ein Viereck, beziehungsweise hoffentlich sogar wieder ein Quadrat entsteht. Ich stelle jetzt hier oben mal die Seitenlängen auf genau 3 und 4 ein, dann haben wir schöne glatte Zahlen und sehen gut, wann sich das da unten genau trifft. Schauen wir mal, ob wir den Punkt finden. Ich schiebe das hier mal so langsam herüber, die kommen sich da unten immer näher und immer näher, und wenn ich das jetzt genau hier einstelle, dann stoßen jetzt hier unten wieder die Ecken genau aneinander. Jetzt müssen wir uns gleich noch überlegen, ob das hier auch wirklich ein Quadrat ergibt. Erstmal, wo haben wir das Ganze oben geteilt? Ich habe jetzt hier oben vier Einheiten zur Seite genommen, also genau die Seitenlänge vom anderen Quadrat. Damit entstehen dann hier oben kongruente Dreiecke, weil die haben einmal die blaue und einmal die rote Seitenlänge. Und jetzt kann man wieder vergleichen. Die beiden Dreiecke sind kongruent, da stoßen also sich auf 90 Grad ergänzende Winkel aneinander. Wir haben wieder den 90 Grad Winkel in der Mitte, wir haben dieselben Seitenlängen. Unten sind nochmal die Dreiecke wieder gedreht, also auch wieder kongruente Dreiecke, in Summe auch wieder 90 Grad und dieselben Seitenlängen. Also das Viereck in der Mitte hat wirklich viermal 90 Grad, viermal dieselbe Seitenlänge, ist also ein Quadrat, nämlich das C-Quadrat. Ja, und nun sind wir eigentlich wieder beim altindischen Ergänzungsbeweis, außer dass da unten abissi was fehlt. Im Unterschied zur Expedition nach Altägypten haben wir aber weit weniger Kontextwechsel und Einhilfen verwendet. Jedenfalls dann, wenn die Lernenden wirklich selbst auf die entsprechenden beiden Ideen gekommen sind, die wir da benutzt haben. Ganz ohne Führung klappt das auch hier wohl nicht. Es wäre aber auch ein Missverständnis zu meinen, die Lehrperson hätte bei genetischen Lernprozessen jetzt gar keine Funktion mehr. Nicht reden möchte ich heute über den klassischen Beweis der Satzgruppe über Strahlensätze beziehungsweise ähnliche Teildreiecke. Bei mir ist er im Skript zur Elementargeometrie drin. Ich gebe Ihnen den in die Folien hier hinein, falls Herr Kadons den nicht sowieso auch gemacht hat. Und über die Umkehrung rede ich aus Zeitgründen auch nicht wirklich weiter. Es sind aber zwei Schulbuchbegründungen in den Folien enthalten. Die erste hier ist aber für die siebte Klasse eher ungeeignet. Die hier, die zweite, die kann man vielleicht schon eher benutzen. Schauen Sie sich das mal in Ruhe noch durch. Und nun ist es wieder Zeit für einen kurzen Zwischentest. Wir beschließen die Ebene Geometrie mit der Kreismessung. Das ist die erste Stelle, wo man in der Geometrie zumindest implizit dann auch ein Grenzwertargument benötigt, denn durch endliche Zerlegung in Dreiecke bekommt man den Kreis zwar beliebig nahe, aber eben nicht wirklich ganz angenähert. Während man lange Zeit zumindest endliche Iterationsverfahren thematisiert hat, finden sich in aktuellen Schulbüchern bisweilen für den Umfang überhaupt nur zwei Näherungsschritte. Quadrate und Sechsecke. Von innen und von außen. Und dann fliegt halt das Pi herbei. Aus der Lehrstoffangabe Schranken für Umfang und Inhalt des Kreises angeben, lässt sich aber wohl zumindest nicht ableiten, dass man nicht auch mehr als mit einem Sechseck annähern darf. Zumal das alles Vorübungen für die Integration sind, im Sinne der Anschlussfähigkeit, also auch etwas für die Oberstufe getan werden kann. Das Mindeste, was Sie hier tun können, ist die traditionelle archimedische Näherung durch 2 hoch N Ecke mit DGS herzuzeigen. Eine Iteration wird daraus aber erst, wenn Sie sich fragen, wie man zum Beispiel aus den bekannten Maßen für das, sagen wir mal, Achteck auf die Maße für das Sechzehneck kommen kann. Und da brauchen Sie dann in der Tat auch wieder den Pythagoras bzw. die Kathetensätze. Ich gebe Ihnen da die Herleitung mal auf die Folie, erkläre die aber hier nicht im Einzelnen. Hat man die Formeln erstmal, könnte man jetzt die Zahlenrechnerei bei der Iteration zum Beispiel auch wieder sehr gut an eine Tabellenkalkulation weitergeben. Die wäre in GeoGebra sogar direkt eingebaut. Ich war da jetzt nur zu faul, das jetzt auch noch in meine Animation mit hereinzunehmen. Okay, jetzt aber flugs in den R3 gewechselt. Da führt jetzt kein Weg vorbei. Wir müssen uns den Raum anschauen bzw. wir müssen ihn uns sogar vorstellen. Ich hatte ja in Lektion 1 so etwas herumgespöttelt, dass Raumvorstellung so eine Art Joker ist, den wo man immer hervorholt, wenn jetzt mal Not am Mann ist, wenn man den Geometrieunterricht legitimieren will. Und irgendwie findet Raumvorstellung, Raumanschauung eh jeder gut, aber alle meinen so ein bisschen was anderes. Jedenfalls gibt es da auch einiges zu in der Intelligenzforschung und in der Psychologie. Einiges davon ist auch schon recht alt, einiges ist schon wieder überholt und nicht alles hat jetzt wirklich ganz konkrete Bezüge zum Mathematikunterricht im engeren Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn, ganz gut gefällt mir das Vier-Faktoren-Modell, das sich die Arbeitsgemeinschaft Didaktische Innovation für Geometrie ausgedacht hat. Das gefällt mir sogar so gut, dass ich Ihnen das diesmal in die Pflichtlektüre hereingebe. Der Kollege Thomas Müller aus Wien hat da vor drei Jahren einen schönen Lehrerfortbildungsvortrag zu gehalten und den gebe ich Ihnen jetzt einfach mal so mehr oder weniger direkt zum Lesen auf. So, was ist denn jetzt konkret im Mathematikunterricht angesagt? In der ersten Klasse steht da vor allem der Vorstellungsaufbau im Vordergrund. Körper sollen in Bildern und Zeichnungen wahrgenommen und mit mathematischen Bezeichnungen beschrieben werden, sowas wie Ecke, Fläche und Kante. Für Quader und Würfel kommt dann auch schon das Anfertigen von Schrägrissen dazu. Konstruiert im engeren Sinne wird hier eher noch nicht. Es wird so etwas hemmsärmlich das Koordinatengitter verwendet, ohne dass man jetzt wirklich näher auf die Hintergründe der Darstellung eingehen würde. Das passiert eher in GZ, wo man dann auch lernt, dass die Risse allesamt Parallelprojektionen sind, die zwar nicht so anschaulich sind wie unserer unmittelbaren Raumwahrnehmung näher kommende Zentralprojektion, aber doch verhältnismäßig gute Kompromisse zwischen Maßtreue, eingeschränkter Formtreue und Einfachheit der zeichnerischen Darstellung und Anschaulichkeit geben. Trivial sind diese Darstellungen aber selbst für Würfel durchaus nicht, wie Sie diesen Zeichnungen aus einem Projekt von Hans-Georg Weigand entnehmen können. Sie müssen jetzt wieder bedenken, wenn da steht 6. Klasse, dann ist das 6. Schulstufe, also 2. Klasse in Ihrer Zählung. In der 3. Klasse in Österreich werden die Schrägrisse dann für Prismen und Pyramiden wieder aufgegriffen. Hier kann man dann auch von Konstruieren zumindest in dem Sinn reden, dass ein regelgeleiteter Umgang mit ausgewählten Zeichengeräten stattfindet. Zudem wird man sich das Bauprinzip dieser Darstellung näher ansehen, wobei dann auch die idealen Figuren im Hintergrund mitbedacht werden müssen. Anders als beim Haus der Vierecke spielen Beziehungen zwischen Körpern, insbesondere diese Ober- und Untermengenbildung, in der Raumgeometrie eine eher kleine Rolle. Der Kanon und die Abfolge sind hier in Deutschland und Österreich im Wesentlichen gleich. Würfel, Quader, dann Prisma, dann Pyramide, dann Drehzylinder und Drehkegel und schließlich die Kugel. Wobei hier Würfel Spezialfälle von Quadern sind und Quader selbst dann wieder Spezialfälle von Prismen. Der Rest ist aber wirklich eine echte Partition. Eine eher untergeordnete Rolle spielen im Übrigen auch die regulären platonischen Körper, die man als Verallgemeinerung des Würfels auffassen kann, eben für andere reguläre Vielecke als Seitenflächen und die damit auch einen gewissen Reiz hätten. Als Grundobjekte zur Beschreibung alltäglicher Gegenstände mag man aber mit den Körpern auf der vorigen Folie in der Tat deutlich mehr anfangen. Das Hauptaugenmerk des Lehrplans liegt bei den Körpern ohne Frage auf dem Volumens- und Oberflächenberechnung. Würfel und Quader dienen dabei bei der Volumensberechnung vor allem einmal der Begriffsbildung Was ist eigentlich das Volumen? Analog zur Fläche wird durch Einheitsfiguren, in diesem Fall Einheitswürfel, ausgelegt. Mit der Idee der Zerlegung in Dreieckiges, die wir von den Flächeninhalten schon gewohnt sind, erhalten wir dann auch Formeln für das Volumen vom Prismen. Tatsächlich trägt die Idee der Zerlegung auch noch teilweise für Pyramiden, jedenfalls solange man unterstellt, dass deren Volumen eigentlich nur von deren Grundfläche und deren Höhe abhängen kann. Man arbeitet da entweder mit Modellen oder wie wir hier jetzt ersatzweise dann mit dynamischer Geometrie. In diesem Bild haben die rote und die blaue Pyramide genau dieselbe Grundfläche des umgebenden Prismas, ebenso dieselbe Höhe. Die beiden Teilkörper sind also kongruent. Ich kann das auch mal ein bisschen drehen, damit Sie das besser sehen. Ich kann die auch so etwas auseinander nehmen, dann sieht man das noch etwas besser. Problemfall ist jetzt so ein bisschen die grüne Pyramide. Die ist nämlich nicht kongruent zu der blauen und der roten Pyramide. Ich drehe das Ganze jetzt mal auf die Seite und mache die blaue Pyramide weg. Dann können Sie sehen, dass die rote und die grüne Pyramide zwar nicht kongruent sind, aber jedenfalls doch wieder die gleiche Grundfläche in dieser anderen Drehung haben und dann eben auch wieder dieselbe Höhe. Sie sollten also wohl auch dasselbe Volumen haben und damit haben dann alle drei Teilpyramiden das gleiche Volumen. Wir zerlegen also das Prisma in drei Volumen gleiche Pyramiden, die also wieder jede ein Drittel des Volumens des Prismas haben wird und damit ist die Formel dann hergeleitet. Eine Alternative zu dieser auch in Schulbüchern zu findenden Argumentation, schauen Sie mal unten, das sind genau unsere Prismen und Pyramiden von vorhin, ist dann noch Schüttversuche zu benutzen. Ein wenig offen bleibt an dieser unteren Argumentation, inwiefern denn das Argument, dass Körper mit gleicher Höhe und gleicher Grundfläche Volumen gleich sein sollten, auch dann gilt, wenn diese Figuren nach oben hin spitz zulaufen. In deutschen Schulbüchern findet sich hier an dieser Stelle zum Teil noch das Cavalieri-Prinzip. Es besagt, dass Körper mit in jeder Höhe flächengleichen Schnittflächen stets auch dasselbe Volumen haben. Anschaulich macht man sich das zunächst am besten am Vergleich gerader und schiever Körper. Ich kippe hier mal den rechten Körper. Jetzt passen diese kleinen Teilquader da nicht mehr genau hinein, aber annähernd sollte der eigentlich dasselbe Volumen haben wie der gerade Quader auf der linken Seite. Ich könnte die Quader aber jetzt dünner und dünner machen, bis ich schließlich bei Flächen bin. Dann würden aber beide Körper, der Gerade und der Schiewe, aus unendlich dünnen Quadern bestehen, und zwar genau aus gleich vielen und auch aus Konkurrenten und damit sollte dasselbe Volumen da sein für diese beiden Körper. Ja, und das ist dann genau das, was auch der Satz von Cavalieri sagt, Nämlich umgekehrt argumentiert, wenn zwei Körper in jeder Höhe flächengleiche Schnittflächen haben, dann stimmt auch das Volumen der beiden Körper überein. Wir gehen noch mal zur roten und grünen Pyramide von vorhin zurück. Wegen dem zweiten Strahlensatz müssen die beiden in jeder Höhe flächengleiche Schnittflächen haben, also sind sie wirklich volumengleich. Spätestens beim Volumen des Zylinders brauchen wir ein Näherungsargument zwingend. Ohne Cavalieri-Prinzip könnten wir wieder durch Dreiecksprismen annähern. Wir wiederholen da eigentlich nur noch mal die Zerlegung der Kreisfläche. Wobei dieses Zerlegen zu Tortenstücken, die dann wieder zu einem annähernd quaderförmigen Gebilde zusammengelegt werden, eine wirklich ganz nette Variante darstellt, die sehr anschaulich ist. Das selbe Spiel wiederholt sich mit Pyramiden als Näherungsfiguren dann noch für die Drehkegel. Eleganter ist auch hier die direkte Argumentation mit dem Cavalieri-Prinzip. Wir geben zu einem Kegel eine Pyramide dazu, deren Grundfläche genauso groß wie die Kreisfläche sein soll. Wegen dem zweiten Strahlensatz haben jetzt beide Körper wieder in jeder Höhe jeweils gleich große Schnittflächen, sind also Volumen gleich. Also hat auch der Kegel die Volumen Formel ein Drittel Grundfläche mal Höhe. Um zum Schluss zu kommen. Spätestens dann, wenn Sie einsehen wollen, wie eigentlich die Formel für das Kugel Volumen zustande kommt, aber eben gerade keine Korrotationskörper und keine Integralrechnung verwenden wollen, kommen Sie nicht mehr ohne Cavalieri-Prinzip aus. Hier leih ich mir mal ausnahmsweise eine fertige Animation vom GeoGebra Tube aus und mache das nicht selber. Das Argument ist hier ein bisschen finkliger. Wir nehmen erstmal einen Zylinder, der ist genauso hoch wie eine Halbkugel und hat dieselbe Grundfläche. Jetzt schneiden wir aus diesem Zylinder einen Drehkegel heraus und betrachten jetzt den Restkörper. Der Restkörper hat zwei Drittel Grundkreisfläche mal höher als Volumen, weil drei Drittel war der Zylinder und ein Drittel war der Kegel der Rest ist also zwei Drittel. Zudem ist tatsächlich in jeder Höhe die Schnittfläche der Kugel genauso groß wie der Kreisring rechts. Da muss man wirklich noch ein bisschen was argumentieren oder man glaubt das dem GeoGebra einfach. Sie sollen das natürlich nicht dem GeoGebra glauben. aber genau dasselbe Volumen wie dieser Restkörper. Also zwei Drittel Kreisfläche mal Höhe und die gesamte Kugel hat dann die berühmten vier Drittel Kreisfläche mal Höhe. Und damit habe ich wieder Feierabend. Sie haben den Abschlusstest. Viel Erfolg! Bis zum nächsten Mal.